hallo liebe kinder und herzlich willkommen zum neuen video wohin hast du schon los gibt es mir einen daumen nach oben und wir sind angekommen das war eine anständige bahnfahrt aber paulina endlich da zum zweiten mal paulina in ihrem leben paulina was steht da ja wir nehmen euch mal mit auf die jagd wir hoffen das gefällt euch das video paulina hat eine woche lang drauf gefreut paulina was willst du gerne einmal erst mal oder zweimal liebe kinder hier gibt es alles an ausfall paulina und ihr freund pepe haben sich erst mal jetzt eine zuckerwatte gewünscht paulina kannst du nicht abwarten frisch gemacht paulina einmal für pepe und wo ist deine paulina hast du keine wo sind deine paulina was sagt man darf ich auch mal probieren aber nur nach sogar so weiter geht's liebe kinder die erste fahrt hier echt klasse hier hallo mein schatz da ist pepe auch mit dabei hallo pepe wo ist denn die kleine paulina da paulina das geht viel zu schnell liebe kinder paulina jetzt wird es gruselig liebe kinder deswegen gehst du mit papa ne boah das wird echt glaube ich gruselig das sieht auch schon gruselig aus wir sitzen hier in so einem waggon und fahren jetzt mal eine runde ne paulina auf vorne sind es geht los liebe kinder wir fahren hoch paulina winke winke wir fahren dann ganz nach oben wow paulina guck mal paulina wow 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 wiiiiiii wow das war doch cool guck mal aaaaaa ein monster da war ein monster guck mal mama hallo das war aber gruselig oder wow wow das war cool mein Gott Paulina war das cool oder cool cool ha 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 Paulina wie war das das war das nochmal und das ist das nächste liebe Kinder ha 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 wuuuuh oh mein Gott hat sie Spaß ha 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 Here è wuuuuuue ha 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 Mit der Eisenbahn wird auch gefahren Paulina wie gut Glocken hast du denn hehehe Guckt euch das mal an, das sind Süße. Gartenzwerge. Wow. Bebe. So, das war die Eisenbahn, liebe Kinder. Weiter geht's. Liebe Kinder, der erste Grab wird sich Paulina gewinnt. Mhh, lecker. Paulina darf nicht rauf, aber zumuten wollen wir. Paulina, es geht los. Wow. Wow. So, jetzt sind wir an der Reihe. Paulinas Papa und Mama. Seid ihr bereit? Oh, es geht los. Liebe Kinder. Wow. Wow. Ich kann nicht mehr. Unglaublich. So, liebe Kinder, und was nicht fehlen darf, Paulina mit ihren Lieblings-Maiskolben. Du hast doch einen Stiel, du darfst ihn auch an den Stiel halten. Warte mal nochmal, ich kann nicht mehr abwarten. Sehr lecker. Paulina, liebe Kinder, will ich hier rauf. Bist du bereit? Aufpassen, Paulina. Bewegt sich, liebe Kinder. Wegt, dass wir wieder runterfallen, ne? Hüpf rein. Ich hoffe, dass ich nicht mehr rein muss. Jawoll. Oh nein. Da lenkt. Das ist echt eng, liebe Kinder. Ohr. Wow. Paulina, das ist eine Wackeltreppe. Wir müssen weiter gehen. Total verrückt, liebe Kinder. Ich komme gar nicht hinterher. Hier hängen solche Säcke. Nein. Ich brauche Hilfe, Paulina. Paulina, wo bist du? Hier. Ja. Weiter geht's, Paulina. Weiter geht's. Juhu. 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 Das dreht sich. Hier muss man durch Gitter gehen. Eine Turborutsche. Hier ist drauf Paulina gerutscht. Hier ist drauf. Das zeige ich euch mal. Wow. Cool. Weiter geht's. Wir Kinder und wieder sind wir auf Happy Family. Pauli. Und Paulina. Wow. Ich bin auch drauf. Das wackelt aber. Zack. Zack. Paulina, nur nicht ins Wasser fallen. Wie? Noch mal in пойдem los. echt nichts angegeln. Weiter geht's. Weiter geht's. Gehen wir mal da rauf? Cool, wir müssen da durch! Paulina, wo bist du? Geschafft! Wow! Letztes Jahr hatte Paulina noch Angst. Und dieses Jahr gehen wir über die Brücke? Ja! Super! Paulina, weiter geht's! Wo gehen wir jetzt hin? Das ist die Rutsche! Bist du sicher? Gibt es da eine Rutsche? Ich habe keine gesehen! Jetzt rutsche ich mit Paulina zusammen! Hilfe! Nein! Paulina, wie war das? Letzter Tag auf dem Hamburger Dom! Wir genießen das Feuerwerk! Das knallt aber ganz schön, ne Paulina? Paulina hat auch was gewonnen! Ganz viele Fischeltiere! Auch Tom und Jerry! Wow! 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 Paulina freut sich riesig! Wie Silvestern, ne Paulina? So weiter geht's, liebe Kinder! Paulina! Wow! Paulina, findest du das klasse? Das war schön, ne? Wow! War das cool? Wir sind fix und fertig! Wir haben ein bisschen Ausbeute gemacht auf dem Hamburger Dom! Paulina, sind wir ein bisschen müde? Nee, auch kalt! Und müde auch? Wie war der Dom? Wie war der Dom? Bis zum nächsten Video! Tschüss!